Das hier war mein allererstes Handy und mein Ziel ist damit, ein TikTok aufzunehmen. Schau euch diese winzige Kamera an! Geht es an? Geht es an? Wenn das jetzt an... Es geht an! Als ich das benutzen habe, gab es einfach noch Musical.ly und kein TikTok. Das hat 8 GB Speicher. Das Handy ist an, nur habe ich halt über die Jahre das Muster vergessen. Ah, chillig! Habt ihr eine Idee, wie ich es jetzt entsperren könnte?